So, hallo und herzlich willkommen. Heute wieder ein kleines Tutorial. Das letzte Video ist bei euch ja relativ gut angekommen. Darüber freue ich mich. Vielen Dank auf jeden Fall. Und ja, ich denke auch immer, es ist immer wichtig, so ein paar Tutorials mit einzuschmeißen. Es war damals bei mir noch bei Epoch, habe ich auch extrem viele Tutorials gemacht und ist alles extrem gut angekommen. Deswegen jetzt ein weiteres. Und zwar, ihr kennt alle die Situation. Ihr seid irgendwo, checkt irgendwo die Gegend. Vielleicht sind eure Mates noch weiter unten irgendwo und müssen looten oder sonst irgendwas. Ihr haltet die Sicht in Kontrolle. Da hinten kommt einer. Wie weit ist der jetzt weg? Er bewegt sich stetig. Ist vielleicht auch gleich wie der Außersicht. Ihr müsst schnell handeln. Und ja, schnell näher natürlich den Entfernungsmesser raus. Pardon, geht nicht. Das Problem hatte ich ziemlich lange. Ich habe dann Informationen bekommen, ja, wenn, sobald du Mods drauf hast, also zum Beispiel Exile, Epoch, was weiß ich was, funktioniert er eben nicht mehr. Und da kommt gerade ein Fahrzeug. Und das war ziemlich, ziemlich frustrierend, weil ich nicht gut bin. Ich kann jetzt zum Beispiel nicht gut schätzen. Ich meine, natürlich so von 100 bis 300 Meter ist es kein Thema. Aber wie weit ist jetzt das da hinten weg? Oder da hinten? Oder ich weiß nicht, noch weiter da hinten im Wald? Wie viel Meter sind das? Und dann muss natürlich auch der eine Schuss sitzen. Und generell, auch Sniper und Spotter waren wir immer eigentlich unterwegs und ist irgendwie dann weggefallen, weil wir dann auch nicht mehr irgendwie feststellen konnten, wie weit es weg ist. Natürlich gibt es dann die Möglichkeit, wir sind hier unten und klar, jetzt hier hinten setze ich einen Waypoint und habe hier hinten 424 Meter. Da kann man ein paar Punkte setzen. Funktioniert meistens ganz gut. Man muss natürlich dann plus, minus 100 Meter immer noch schnell reagieren. Aber es ist natürlich auch nicht die feine englische Art, beziehungsweise es ist einfach nicht so, das Feeling ist da nicht da. Wenn ich überall meine Waypoints hinsetze, ich setze hier zehn Waypoints hin, ist es zwar funktionabel vielleicht, es sieht aber auch nicht toll aus. Und dann hätte ich lieber jemanden, der spottet mit dem Entfernungsmesser. Entfernungsmesser. Ja, und das Problem hat sich jetzt erledigt. Wir gucken hinten das Haus. Tada, 448 Meter. Wir gucken noch dort hinten zum Baum. 425 Meter, 453 Meter, 500 Meter. Also ihr seht, es funktioniert. Es ist nicht wie der normale Entfernungsmesser, wie man kennt, dass er sofort immer reagiert, wo man ist, sondern es ist immer quasi auf Knopfdruck funktioniert das Ganze. Und jetzt will ich nicht zu lang drum herum reden. Ich will die Tutorials auch mal relativ kurz halten. Ich erkläre euch jetzt, wie das funktioniert. Und zwar geht ihr wieder auf Konfigurieren, auf die Steuerung. Dann wählt ihr hier oben Waffen aus. Scrollt etwas runter, bis ihr Laserreichweite kommt. Auf Englisch ist es glaube ich Laser Range oder Laser Side, bin mir nicht sicher. Da packt ihr das T rein. Es kann sein, Radar an, aus und ziele erfassen war bei mir am Anfang belegt mit T. Das habe ich dann gelöscht und habe es komplett einfach das T auf Laserreichweite gesetzt. Und jetzt könnt ihr den Entfernungsmesser rausnehmen. Und immer wenn ihr die Taste T drückt, zeigt er euch die Entfernung, wo ihr gerade hin zielt. Und das ist natürlich sehr funktionabel. Somit kann man wieder die Position eines Spotters einnehmen. Heißt einer ist mit dem Scharfschützengewehr, der mit dem Entfernungsmesser liegt daneben, die ganz herkömmliche Art und weiß, wie es eigentlich funktioniert. Dann heißt es, da hinten kann man da noch schön Waypoint setzen. Habe ich euch ja in dem vorigen Video gezeigt. Und dann heißt es hier, da wo der Waypoint ist, 461 Meter. Der Schütze kann genau sehen, 400 Meter geht 50 Meter hoch. Bam und Schuss und tot. So wie es einfach optimal funktionieren sollte. So, das war der ganze Spuk. Wenn ihr noch Fragen dazu habt, schreibt es in die Kommentare. Gebt mir einen Daumen hoch, würde ich mich riesig darüber freuen. Und wenn ihr Bock habt, gibt es dann natürlich noch mehr. Dann sage ich vielen Dank fürs Einschalten. Viel Spaß damit und bis zum nächsten Mal. Ciao.